Shalom und herzlich willkommen zu Ketah Healing. Heute haben wir den siebenten Engel der Kabbalah genannt Achayah. Er gehört zum Engelschor der Chayot HaKadesh. Die Bedeutung ist der weitherzige und langmütige Gott. Als Erzengel haben wir Metatron. In der Gematrie haben wir die Zahl 22. Die Physis, die Zeit für die Aktivierung von diesem Engel, wo dieser Engel wirkt, ist der 21.04. bis 25.04. Als Sternzeichen haben wir den Stier. Die Zeit für die Aktivierung ist 2 Uhr bis 2 Uhr 19. Als Thematik haben wir Dinge wieder in ihren ursprünglichen Zustand bringen. Die Himmelsrichtung für die Aktivierung ist der Norden. Grad im Tierkreis sind 31 bis 35 Grad. Die Kahnplanet, hier wirkt der Merkur. Dieser Genius wirkt gegen Ungeduld. Und dieser Engel wirkt für das Bearbeiten von Dokumenten, für die Geduld und für den Lerneifer. Dieser Genius wird angerufen, um Geduld zu erlangen, aber auch um die Geheimnisse der Natur zu verstehen. Heutige Geburtstag am 21.04.2021 haben wir zum einen Katja Burkhardt. Sie feiert ihren 56. Geburtstag heute. Bis dann, der deutsche Fernsehmoderatorin. Im August 2009 war sie mein erstes Leben. Mich hat es schon einmal gegeben zu sehen. Es ging um ein Leben nach dem Tod. Im August 2010 wurde die Reihe mit drei weiteren Ausgaben bei RTL fortgeführt. Im Februar 2013 veröffentlicht Katja Burkhardt ihr erstes Kinderbuch mit dem Titel Rundherum und Hin und Her. Zähneputzen ist nicht schwer. Katja Burkhardt ist auch Schirmherrin für mehrere Organisationen, die sich vor allem für Kinderrechte einsetzen. Und zum zweiten hat heutein Queen Elisabeth ihren 95. Geburtstag. Sie ist aus dem Haus Windsor bis seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie im Personalunion von 15 weiteren als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen Staaten einschließlich deren Territorien und abhängigen Gebieten. Darüber hinaus ist sie das Oberhaupt des 53 Staaten umfassenden Commonwealth of Nations, Leensherrin der britischen Kronbesitztümer sowie weltliches Oberhaupt der anglikanischen Church of England, und der Staatskirche Englands. In diesem Sinne wünschen wir allen frohes Geburtstagsfest und für euch die Aktivierung von dem siebenden Engel Achaia hier die Anleitung. In diesem Sinne alles Gute, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.